Und zwar, es gibt einen neuen Modus auf den Hardcore Realms. Auf die Hardcore Realms kommt über die Classic-Server. Ja, ich habe diesen Server, das SOD, Ära-Server, die Fremdsprach-Server und das sind die Hardcore-Server. Und der neue Solo-Selford-Modus, nicht Solo, der Selford-Modus ist auf diesen beiden Realms drauf. Ich bin auf Stitches mit meinen Shars. Hier ist auch mein 60er Parler. Und wenn ihr einen neuen Char macht, wir machen ja zum Beispiel mal einen Zwerg, und der muss wunderschön sein, natürlich. Einen wunderschönen Zwerg hätte ich gerne. Da sehe ich mich. Und hier haben wir selbst gefunden. selbst gefunden. Die haben das Ding selbst gefunden genannt. Self-Found. Sorry. Die haben Self-Found selbst gefunden genannt. Das ist auch ein Google-Übersetzer-AI-Übersetzung. Oh, bitte nicht, ey. Wir spielen den neuen selbst gefundenen Modus. Ach du meine Güte. Und wenn ihr hier drauf rückt, könnt ihr nicht mit anderen Spielern handeln, ihr könnt keine Post verschicken, und ihr könnt nicht im Auktionshaus verkaufen. im Endeffekt, ja, seid ihr auf euch alleine auf euch alleine gestellt. Und das ist im Endeffekt der große Unterschied. Es ist hier immer noch Hardcore-WOW. Wenn ihr sterben solltet, seid ihr weg. Aber ohne Handeln oder irgendwas. Macht Sinn, alles, was du trägst, ist selbst gefunden. Ja, aber die Übersetzung macht trotzdem keinen Sinn. Ich hätte das Ding irgendwie Selbstversorger genannt oder sowas. Aber der Name ist auf jeden Fall schon mal ein Meme. Ähm. Hier ist nochmal, wenn ihr Hardcore spielt, wenn ihr sterbt, seid ihr weg. Oh. Äh. Ich hab zu viele Chars. Sind die neuen Servers schon online? Es gibt keinen neuen Server. Es sind die alten Hardcore-Server mit dem neuen Modus. Ach ja, ich hab hier 20 Chars drauf. Alle Level 20. Ja, ich muss noch kurz ein Chars löschen wollen. Kann ich hier irgendwas löschen? Den hier. So. Sorry dafür. Warum habe ich so viele Chars auf 1120 auf ihrer WoW? Wir haben damals als Hardcore-WOW noch nicht draußen war, ein 20er Projekt gemacht. Wir haben jede Klasse in Hardcore-WOW auf 20 gespielt. Ich will, also das ist ja das Ding. Lohnt sich das zu spielen? Ich finde, wenn du Hardcore-WOW magst, ja, definitiv. Für mich persönlich muss ich sagen, ich hätte einen neuen, frischen Server mehr gefühlt. Da hätte ich viel mehr Bock gehabt. Wenn alles nochmal von neu kommt, ja, fresh sozusagen, hätte ich viel besser gefunden. Äh. Ich stimme zu. So. Und jetzt hat der hier das Symbol dran. Das seht ihr? Und der ist ein Cellphone-Char. Bedeutet, ich kann jetzt nicht auf diesen Char gehen und dem dann Post rüberschicken. Ihr seid komplett auf eure Leine gestellt. Genau. Das war das Ding. Ich hätte das so gefühlt, wäre dieser Modus mit dem Official Release rausgekommen. Das wäre so ein Traum gewesen. Dieser Char ist, by the way, seit Halloween nicht eingeloggt gewesen. Deswegen habe ich immer noch eine Fehlernamaus von Halloween. Also wenn ich jetzt hergehe und ich will dem Sniper-Zwerg 150 Gold schicken, geht das nicht. Er kann keine Post empfangen. Bedeutet, naja, ihr seid auf jeden Fall mehr auf euch alleine gestellt und es hat mehr so ein bisschen was von diesem RP-Feeling, sage ich mal. Hallo Julius, hallo Sirus. Ist ja auf jeden Fall eine geile Sache. Also ich finde, der Modus hätte erstens sofort da sein sollen. Die historischen Zwerge von Ironforge bauten zahllose Generationen lang die Schätze tief im Inneren der Erde ab. Sie verschanzten sich in ihrer uneinnehmbaren Festung in den Ironforge-Bergen und wanderten selten weiter als zu den verschneiten Gipfeln von Dunl. Das muss man angucken, oder? Jüngst aber legten die Zwerge Ruinen frei, die Geheimnisse ihrer uralten Herkunft waren. Vom Wunsch besessen, die Wahrheit über den sagenhaften Ursprung seines Volkes zu erfahren, der Fall der große Handeln geht auch nicht, nein. Gar nichts geht. Du kannst nur alleine spielen. Also handeln. Du kannst aber noch in Gruppen gehen mit anderen Leuten. Gibt es noch andere Änderungen? Es ist genau wie der Hardcore-Server. Also pro Tag hat jeder Angel eine ID und wenn du stirbst bist du weg. Der Rest ist ziemlich gleich. Äh. Was ist denn hier los? Hilfe? Auf jeden Fall hieß da die Sache. Ihr habt jetzt hier diesen Buff. Selbstgefundene Abenteurer. Die Übersetzung, ne? Und es spielen auf jeden Fall einige Leute. Der Server ist auf jeden Fall lebendig. Es gibt auch Leute, die raiden. Aktiv hier. Ähm. Ich denke, das lohnt sich das Game, wenn ihr wirklich dieses Level mögt. Alleine spielen, RP-mäßig ein bisschen leveln. Dann ist auf jeden Fall geil. Definitiv. Aber ich denke, das Ding wird nicht nochmal super groß werden. Direkt mal Ignore. Das denke ich nicht. Dass es nochmal super groß wird. Aber da ist im Endeffekt der Modus. Das Ding ist halt, ich hätte auf jeden Fall einen weiteren Server mit SF gefühlt. Ne? Das hätte ich sehr gefühlt. einen kompletten neuen Server damit wäre so nice gewesen. Aber gibt es ja noch nicht. Ne? Und ja, das ist doch das Ding. Was willst du machen? Das Problem ist nämlich irgendwie, es fühlt sich nicht so geil an, einen neuen Charme in einem neuen Modus zu spielen, wenn der Server schon super belebt ist. Wisst ihr? Also es fehlt dann irgendwie so ein bisschen der, dieses Fresh-Gefühl. Ja, die Privatserverspieler wissen, was ich meine. Immer wenn eine neue Privatserver aufgemacht hat. The Classic oder so. Das war super geil, dieser Rush auf 60, alle sind Low-Level und keiner hat irgendwas und das fehlt so ein bisschen. Aber wie gesagt, zwei Fehler. Der erste Fehler war, dass dieses Ding nicht direkt schon draußen war. Und der zweite Fehler, dass es kein Server jetzt neu bekommen hat. Man will aber wahrscheinlich auch gar nicht diese Community splitten und wahrscheinlich wissen sie, dass dieses Ding allgemein nicht so erfolgreich sein wird. Definitiv. Und guten Morgen. Also wie gesagt, lohnt sich das Game? Ich denke, wenn ihr gerne levelt, Hardcore-Vio wie möglich, Wenn ihr erwartet, dass es ein super Hype-Game wird und viele Leute spielen, lohnt es glaube ich nicht. wie möglich, die und schick. das 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 das